Hallo Leute, hier ist der Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das hier ist ein ganz kurzes Informationsvideo. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, möchte ich ein neues FAQ oder zu englisch FAQ Video machen. Also rufe ich hiermit unter diesem Video auf, stellt mir Fragen, ich werde mir wieder eine Gruppe von Personen schnappen. Vielleicht mache ich es auch allein, kommt darauf an, ob ich niemanden finde oder was. Und diese Fragen dann eben beantworten. Ich denke, das habe ich jetzt schon längere nicht mehr gemacht, das kann man mal wieder machen. Ich vermute mal, dass ihr neue Fragen habt. Ich hoffe, dass ihr neue Fragen habt, sonst ist dieses Video dann ein bisschen kurz. Aber ich glaube, da werden wir schon was zusammenfinden. Ich habe vor, das Video in circa 4-5 Tagen zu machen am Wochenende. Wir haben jetzt Dienstag. Wahrscheinlich bringe ich das Video heute noch. Also eher am Wochenende, Samstag, Sonntag würde ich es gerne machen, weil da haben die meisten Leute dann Zeit. Also stellt mir die Fragen bis Samstag ab. Da ist dann keine Zeit mehr. Samstag meine ich den. Also heute haben wir den 2. September und am Samstag möchte ich eben das Video dann produzieren, das FAQ. Und dann am Sonntag oder Montag werde ich es dann noch hochladen. Also stellt mir Fragen, was ihr wollt. Ihr könnt mir natürlich auch mehrere Fragen stellen. Also jeder Person einzeln von euch, das ist ganz egal. Ich werde versuchen, alles zu beantworten, solange sie nicht allzu persönlich sind. Also Fragen zum Beispiel, wie lang ist dein Schwanz? Die werde ich wahrscheinlich nicht beantworten. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht weiß, wie lang mein Schwanz ist. Ich messe den nicht ab. Wurde ich schon mal gefragt. Also ich wurde schon mal gefragt, wie lang mein Schwanz ist. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr das wisst. Also ich weiß es nicht. Wechseln wir mal das Thema. Also ich möchte einfach nur ein ganz kurzes Informationsvideo für euch loswerden. Und das war es eigentlich schon. Wir hören uns Leute. Ciao.